Domian, das 1Live-Talk-Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 50 50. So meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Freie Themennacht, Dienstagnacht, Nacht von Dienstag auf Mittwoch, das ist immer eine freie Themennacht. Also, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, über was auch immer, ruft an. Unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian.wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist eine D und die heißt Jenny. Hallo Jenny. Hallo Domian. Du bist 21 Jahre alt. Stimmt das? Ja. Ja. Jenny, um was geht's? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe seit sieben Jahren Bulimie. Seit sieben Jahren? Ja. Und es ist eine ganz schwere Bulimie. Beschreib mal. Das heißt, ich bin eigentlich quasi den ganzen Tag, bis auf ein paar Stunden, wenn ich arbeite, bin ich am Essen und am Kotzen. Das heißt, du hast viele Fressattacken, viele Fressattacken am Tag. Eigentlich den ganzen Tag dann durch. Das heißt, die kann man gar nicht mehr zählen? Nee. Und während wir beide jetzt uns unterhalten, ist das eine Pause? Das ist eine Pause, ja. Das geht dann auch immer bis in die Abendstunde und in die Nacht hinein? Ja. Ist das so schlimm seit sieben Jahren oder ist das immer schlimmer geworden? Es ist immer schlimmer geworden. In den letzten Jahren ist es besonders schlimm geworden. Wie kann ich mir bei dir diese so häufig am Tage stattfindenden Fressattacken vorstellen? Wie viel nimmst du zu dir? Oh Gott, ja, ich kann es in einer Zahl von Werts dir sagen, ich gehe mindestens drei, viermal am Tag einkaufen. Immer nach Schub holen. Zur Imbissbude oder? Nee, nee, im Supermarkt. Im Supermarkt, ja. Und kaufst dir alles mögliche ein? Ja, an die 50 Euro am Tag, bitte. Bitte? 50 Euro am Tag. 50 Euro am Tag. Wie finanzierst du das? Ja, durch Arbeiten gehen. Ich habe auch sehr viele Schulden gemacht. Was arbeitest du? Ja, ich kellene. Also ich habe bis vor kurzem noch eine Ausbildung gemacht, da habe ich zu Hause gelebt. Das heißt, da war es weniger, weil halt schon von Haus aus auch Essen zu Hause da war. Aber selbst wenn du das kellene hast, ein Kellner verdient ja auch nicht solche Runden. Nee, also wie gesagt, es war ein bisschen angespartes, was ich noch hatte und wie gesagt, die Schulden, die Spook-Kredite und... Wie viele Schulden hast du? Oh Gott, ja, ich muss jetzt 3000 Euro sein. Ich meine 50 Euro am Tag, ich denke ja immer noch in D-Mark, 100 Mark so am Tag. Ja, ja. Verfressen und verkotzen. Also an schlechten Tagen. An schlechten Tagen. Verfressen und verkotzen, kann man ja so sagen. Also für nichts anderes geht es vielleicht jetzt auch drauf. Wie erbrichst du? Steckst du dir deine Finger in den Hals oder kannst du es so schon rauskriegen? Je nachdem, also mal so, mal so. Gelingt es dir denn immer zu erbrechen oder ist das auch... Ja. Ja. Gelingt immer. Wie schwer bist du? 48 Kilo. 78? 48. Das heißt, da bleiben nicht viele Essensreste in dir? Nee. Bei einer Größe von? 1,67. Wie lebst du sonst so? Hast du einen Freund, hast du Freunde? Ja, bis vor kurzem hatte ich noch einen Freund, aber das war jetzt nichts Festes. Ich weiß nicht, ja, ich denke, die merken das. Also ich sage es ihnen nicht, dass ich krank bin, aber ich denke, die merken, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Schon, aber ich weiß von vielen Bulimikerinnen, dass die das, und Bulimikern auch, dass die das so perfekt verschleiern können, dass die Umwelt es kaum merkt. Selbst manchmal die nahen Beziehungsmenschen nicht. Ja, die merken nur, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, was los ist. Also, aber du hast es ihm auch nicht erzählt, deinem letzten Freund. Nee, also es war auch nichts Festes. Das war jetzt halb Monat so. Ja, du bist 21. Hattest du schon mal eine längere Beziehung mit einem Mann? Äh, nee. Also, was wirklich Festes nicht. Hast du überhaupt ein sexuelles Interesse? Ja. Das schon? Doch. Und das bezieht sich schon auf Männer? Ja, ja, beides. Auf Bisexen. Auf Bisexen, ja. Wer weiß von deiner Erkrankung? Dass sie noch aktuell ist. Das sind eigentlich meine Eltern und meine Schwester. Also, anderen Leuten erzählst du, du warst mal und du hast... Die wussten es, dass... Also, ich war in der Klinik 2000, im Jahr 2000. Und alle anderen, die denken, dass es damit dann gegessen war, also, dass ich seitdem gesund bin. Ja, du warst ja in der Klinik und bist dann wieder rückfällig geworden. Ja, sofort danach. Sofort danach. Oder hast du in der Klinik auch erbrochen? Nee, nee. In der Klinik war alles ganz in Ordnung. Aber als ich in der Pause war... Du rufst mich heute Abend an, Jenny. Ja. Und erzählst mir wirklich was sehr Dramatisches, was ich als lebensbedrohlich empfinde für dich. Und das weißt du auch, ne? Ja, ja. Weswegen rufst du mich an? Genau. Weswegen rufst du mich an? Also, ich... Ich kann nicht mehr... Es kann so nicht mehr weitergehen. Und ich war heute bei meiner Mutter und sagten, sie hätten mich an diese Krankheit verloren. Hat die Mutter gesagt? Ja. Also, sie können selber nicht mehr. Also, sie war eine große Unterstützung in den letzten Jahren. Und jetzt kann sie nicht mehr. Sie kann selber nicht mehr. Ja. Und sie können mir nicht mehr helfen. Ja, deine Eltern werden dir nicht helfen können. Nein. Wenn dir jemand helfen kann, dann bist im ersten Schritt du es selbst. Ja. Das weißt du, ne? Ja. Ich habe nur eine irrsinnige Angst. Ich habe vor, wenn ich jetzt in Therapie beginne und das möchte ich. Und das möchtest du? Ja, das möchte ich. Was für eine Angst hast du? Ich kenne das Leben anders nicht. Ich kenne es nur so. Ich kann mich an das, was vorher war, nicht mehr wirklich erinnern. Ich weiß nicht, wie man normal ist. Ich weiß nicht... Ich habe ja dann gar nichts mehr. Keinen Lebensinhalt. Auch wenn das jetzt nicht wirklich ein Lebensinhalt ist. Ja, die Sucht, die Krankheit kann zum Lebensinhalt werden. Ja, es ist etwas, woran man sich festhalten kann. Etwas, was Sicherheit gibt. Ja. Das ist normal klingt. Aber du willst leben. Ich will leben, ja. Das ist eine Aussage. Denn wenn du so weitermachst, das muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, so höre ich das schon raus, so siehst du es auch, wirst du sterben. Ja. Du wirst schwer erkranken und du wirst sterben. Ja. Also in meinem Leben klappt ja auch nichts mehr. Also ich habe mein Abitur, habe ich zweimal begonnen, zweimal abgebrochen. Meine Ausbildung habe ich auch abgebrochen. Aber man muss ja in aller Dramatik, in allem Unglück immer versuchen, auch noch das Hoffnungsvolle zu sehen und das Gute zu sehen. Ja, finde ich. Sonst kann man sich aufgeben. Sonst kann man sich gleich wirklich beerdigen, selbst beerdigen. Ja. Ich versuche das mal als ganz neutraler Außenstehender bei dir jetzt zu sagen. Da sind schon mal erst mal zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Einmal, dass du die Einsicht hast. Dass du die Einsicht hast, es geht so nicht mehr weiter. Ja. Und dass du den Willen hast und sagst, ich will leben. Ich habe hier auch schon mit Bulimikern gesprochen, die haben gesagt, ich will nicht mehr leben. Da finde ich das noch viel schwieriger. Aber du sagst, ich will leben. Ja, weil es nur ein Problem ist, der Verstand und der Wille. Ist mir klar. Ich weiß ja nicht. Ich versuche dir das nur mal so aus der Außenstehende, mal so diesen neutralen Sichtweise zu sagen. Und dann sehe ich, dass du 21 Jahre erst alt bist. Ja. Das heißt, da liegen noch, wenn du es schaffst, wenn du diesen schweren Weg der wirklichen Therapie, einer langen Zeittherapie gehen wirst, liegen noch alle Chancen vor dir. Ja. Du kannst erneut was lernen, du kannst dir was aufbauen, du kannst dir auch ein Leben aufbauen ohne diese verdammte Krankheit. Ohne diese verdammte Krankheit. Du kannst auch irgendwann vielleicht wieder, oder ich bin sicher, wenn du es im Griff hast, das Leben genießen. Und auch Schönes erleben können. Im Moment hast du nichts Schönes mehr. Nee, gar nicht. Nein. Du hast einen gewissen Halt, das kann ich nachvollziehen, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Aber es ist keine Freude, es ist nichts Schönes, es ist kein Glück, es ist nichts. Es ist einfach nur grauenhaft eigentlich. Ja, es ist kein Leben. Ich möchte dich von meiner Seite aus mit aller Massivität wirklich animieren, diesen Schritt wirklich jetzt auch zu tun, den du selbst dir schon überlegt hast, nämlich wirklich jetzt in eine Therapie zu gehen. Du hast überhaupt nichts mehr zu verlieren, Jenny. Ich verstehe die Angst, die du hast. Da kommt was ganz Neues auf mich zu. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern an ein normales Leben. Aber was hast du zu verlieren? Du hast zu verlieren in deinen Tod, nämlich dem bist du bloß. Und du hast zu verlieren, und das ist ein guter Verlust, eine schwere Krankheit. Aber alles andere, was da ansteht, ist, wenn es gut läuft, ist es ein großer Gewinn. Und wenn du das willst, wird es gut laufen. Wenn du jetzt an einem Punkt angekommen bist, ich finde, das ist immer das Allerbeste, wenn jemand so schwer unten ist, dass er wirklich selbst das Gefühl hat, ich bin jetzt an einen Punkt geraten, es geht jetzt nicht mehr weiter. Dann aktiviert man, glaube ich, seine letzten Lebensgeister in sich, die man hat. Und dann schafft man das auch. Ich habe nur noch eine andere Angst, dass ich es halt nicht schaffe. Aber? Weil ich habe es schon oft versucht. Ich will, aber es ist mir da so eine Befürchtung. Die Angst, die ist auch normal. Die finde ich auch in deiner Situation völlig normal. Hätte jeder, hätte ich auch. Aber gegen die Angst muss man auch angehen. Wenn du dich jetzt dieser Angst hingibst, oh Gott, oh Gott, ich könnte es vielleicht nicht schaffen, dann hast du es schon nicht geschafft. Aber du musst erst mal rangehen an die ganze Sache. Und ich sage dir, jeder kleine Schritt, den du vorwärts gehst, wird dich motivieren und wird dir sagen, ich kann das, ich schaffe das. Es wird auch wieder Rückfälle geben und Rückschritte, das ist völlig klar. Lange dauern. Es wird lange dauern alles, das ist völlig klar. Hast du genaue Pläne, was du machen wirst, wo du es machen willst, willst du in eine Klinik? Ich glaube, eine Klinik wäre das Richtige für dich, oder? Also, meine letzte Erfahrung mit der Klinik war grauenhaft. Eine Klinik würde ich auch in Betracht ziehen. Aber nicht dort, wo ich war. Nee, wenn du da keine guten Erfahrungen gemacht hast, um Gottes Willen, dann geh da nicht wieder hin. Also, es war ein Fachzentrum für die Leute, wo ich war. Ich habe kein anderes mehr in Deutschland gefunden. Und so Psychiatrien, ja, das schreck ich ein bisschen vorzu. Ja, das finde ich auch nicht den richtigen Weg. Ich würde gerne, dass meine Psychologin dich jetzt ein bisschen berät. Fachkundig berät, was es so alles gibt. Wahrscheinlich hast du sowieso schon auch viele oben gesucht, schon. Aber es kann ja nichts schaden, jetzt noch mehr Informationen einzuholen. Oder wir geben dir auch Adressen, wo du wiederum da noch mehr rauskriegen kannst. Und das ist auch schon der erste Schritt, dass man das selbst auch so ein bisschen in die Wege leitet. Und das ist dann auch schon ein kleines Erfolgserlebnis. Ich glaube, es war auch schon ein Erfolgserlebnis, hier angerufen zu haben, oder? Ja, doch. Das glaube ich. Mir geht das besser, ja. Ja, aber das ist jetzt nur vorübergehend. Ja, ja, sicher. Aber du hast es gemacht und wir haben gesprochen. Und du hast wichtige Sachen gesagt bei mir, nämlich ich will leben. Und dieser Satz muss jetzt groß über deinen nächsten Aktionen stehen, die vor dir liegen. Jenny, jetzt lächst du auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du in ein paar Monaten oder in einem halben Jahr mich nochmal anrufen würdest. Und wir reden dann nochmal. So mache ich. Alles Liebe, alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Mach's gut, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was. Und morgen haben wir ein festes Thema. Ihr habt euch entschieden bei nachtlager.de, über was wir morgen reden wollen. Das Thema heißt Meine Dunkelste Seite. Also folglich möchte ich gerne mit euch sprechen über eure dunkelsten Seiten. Über Dinge, die ihr in euch tragt, die vielleicht ganz geheim sind oder nur ganz wenige Menschen wissen. Vielleicht auch Dinge, für die ihr euch schämt. Dinge vielleicht auch, die ihr euch zu schaffen machen. Oder Dinge, die ihr irgendwie auch ganz cool findet und sagt, muss ja nicht jeder wissen, aber es ist so ein Abgrund in mir. Das ist das Thema morgen. Meine Dunkelste Seite. Und jetzt geht's weiter mit Luca. Und Luca ist 20. Hallo Luca. Hi Domian. Ich hab gerade überlegt, Luca, Luca, ist Luca immer eine Frau, ne? Ein Frauenname. Ähm, ich denk schon, ja. Also ich kenn's nur als Frauenname, ja. Schöner Name. Dankeschön. Um was geht's bei dir? Also ich hab gestern deine Anruferin gehört, die Franzi oder Franziska. Ach, das war die schöne Frau. Ja, genau. Und ich muss sagen, die hat mir wirklich aus der Seele gesprochen. Also ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich sag, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Warum? Also ich kann und möchte so einfach nicht mehr weitermachen. Was ist los? Also ich komm mir wirklich vor, das klingt vielleicht dumm, aber ich komm mir wirklich vor wie so ein Stück Vieh. Also es ist egal, wo ich hingehe, ich werd überall nur angegafft, angemacht und ja. Weil du so gut aussiehst? Ähm, das Ding ist, also ich werbe würde mich als durchschnittlich bezeichnen, als relativ durchschnittlich. Aber das ist leider nicht das, was die anderen sagen. Die anderen sagen, du siehst schweinegut aus? Ja. Aber du arbeitest nicht als Model oder so? Nee, also das könnte ich nicht, weil ich dafür einfach zu klein bin. Aber ich werd von Laien also oft gefragt, ob ich Model bin und ja. Wie lange bemerkst du ja schon? Du bist jetzt erst 20. Seit wann merkst du im Moment, irgendwie gucken die mich alle an und die Jungs sind ganz scharf auf mich, die Mädchen vielleicht ein bisschen neidisch? Das ging los mit 13, 14 ungefähr. Hast du einen Freund? Nee. Hattest du schon mal eine Beziehung? Also ich hatte schon mehrere Beziehungen, ja. Aber die sind eigentlich alle aus dem Grund auch mit kaputt gegangen. Weil du den Eindruck hattest, die interessieren sich gar nicht für mein Herz, für meine Seele, sondern die sind nur scharf auf meinen schönen Körper. Ja, also ich hatte nicht nur den Eindruck, so war es definitiv. So war es. Oder die wollen sich mit mir schmücken, vor den Freunden und so. Ja, genau. Wie lebst du so? Was machst du vom Beruf beispielsweise oder bist du noch Schülerin? Also ich bin Studentin, ja. Ja? Was studierst du? Möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Okay, musst du auch nicht sagen. Nee. Ja. Aber das heißt, du kommst ja viel mit Leuten zusammen in der Universität? Ja. Lebst du sehr zurückgezogen oder gehst du dennoch viel aus? Ähm, ganz und gar nicht. Also ich gehe eigentlich weg, wann ich kann. Und, ähm, also habe das Leben bis jetzt wirklich genossen, sage ich mal. Mhm. Aber ich bin einfach an einem Punkt, wo ich merke, dass ich, also ich bin wirklich ein sehr offener Mensch, ich rede gern. Aber ich bin einfach an einem Punkt, wo ich merke, es geht nicht mehr. Ich ziehe mich immer mehr zurück. Mhm. Und ich war wirklich schon vor ein paar Tagen echt kurz davor, einmal mit dem Messer durchs Gesicht zu gehen. Und ich echt gesagt habe, ich kann nicht mehr. Mhm. Hast du Freundinnen? Ähm, wenige. Merkst du das bei Frauen auch, dass die auf Distanz zu dir gehen, weil die neidisch sind? Ja, auf jeden Fall, klar. Also es gibt, hast du keinen einzigen Menschen, wo du sagst, das ist so mein absoluter Busenfreund, mein absoluter Busenfreund, mit der kann ich alles bereden und absolutes Vertrauen und egal, wie ich aussehe, ob ich schön oder hässlich bin? Ähm, ganz, ganz wenige. Äh, na, einen? Also ich würde sagen, es sind drei ungefähr. Na, immerhin. Luca, das ist viel. Ich weiß, aber ich merke halt auch, dass es mehr und mehr am Bröckeln ist. Warum? Bei denen, die kennen dich doch dann schon länger, oder? Ja, aber ich meine, ich kann mit denen Gott sei Dank sehr offen reden, aber die sagen mir auch einfach in letzter Zeit immer häufiger, dass sie damit einfach nicht klarkommen. Mit deiner Schönheit? Ja. Warum kommen die damit nicht klar? Also das Ding war, die beiden hatten, oder die drei, also zwei sind eigentlich meine besten Freundinnen. Das sind, wir reden jetzt über Frauen, ne? Ja, wir reden über Frauen und die hatten eigentlich bis vor einer kurzen Zeit beide noch längere Beziehungen. Mhm. Und da war das nicht für das Problem, aber das sind jetzt beide Single. Mhm. Und, ähm. Ah, ich verstehe. Wenn du mit denen ausgehst, gucken alle Jungs dich an. Genau. Und nicht die. Und damit können die nicht umgehen. Genau. Und ich meine, ich bin super froh, dass die mir das auch so offen sagen. Ja, 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 klar. Aber ich mag halt trotzdem, dass sie sich einfach immer mehr distanzieren und... Was ist das Leben absurd? Da gibt es Menschen, die vielleicht aufgrund einer Behinderung sehr, sehr, sehr traurig sind, dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Ich weiß, das ist völlig absurd. Nee, ich will ja gar keinen Vorwurf machen. Ich sag's nur mal so, ich fasse es mal so für mich zusammen. Und da gibt's auf der anderen Seite Menschen, so wie du jetzt, die so beschenkt sind von der Natur oder von wem auch immer. Und diese Menschen sind auch unglücklich. Ja. Es ist ja Wahnsinn. Ich schäme mich fast, das zu sagen, weil der Eindruck von den Leuten ist wirklich immer, du musst glücklich sein. Ja, ich zuck da auch gerade so ein bisschen zusammen. Wir haben ja Jenny gehört, ne? Die sich, die dabei ist, sich tot zu kotzen, gerade. Ja. Ich sag das auch immer so ganz, ganz brachial, weil das ist ja so. Und dann hast du gesagt, ich kann nicht mehr. Ich bin, ich bin zu schön. Da zuckt man im ersten Moment zusammen und denkt, äh, äh. Ich weiß, deswegen sag ich das auch eigentlich nicht, weil es so arrogant klingt. Nee, nee, aber es... Und jeder wirklich denkt, okay, die hat einen an der Klatsche komplett. Nee, aber ich nehme es schon absolut auch ernst, wie du es jetzt beschrieben hast, ist das für dich einfach ein massives, großes Problem, welches dich, ja, richtig in eine Einsamkeit gezogen hat, ne? Oder drängt. Das geht einfach nicht mehr. Lass uns, aber das ist ja auch keine Lösung, das Gesicht zu zerschneiden. Ich, ich weiß, ich weiß. Es ist aber auch so, 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 so grauselig in unserer Welt, wo alles so auf, auf glatt und schön konzentriert ist, äh, schön zu sein. Vielleicht wärst du in einer, in einer anderen Gesellschaft, in einem anderen Kulturkreis, würde man vielleicht viel normaler mit dir umgehen. Hier bist du natürlich, äh, das, was alle sein wollen, äh, weil wir alle so gezüchtet worden sind in den letzten Jahren. Ja, das stimmt leider. Wie machst du das mit, mit Jungs? Ähm, lässt du dich ansprechen? Ähm, also ich komme ja fast nicht drum rum. Ähm, also das geht bei mir wirklich los, ähm, also ich gehe wirklich in den Supermarkt, ähm, echt ungeschminkt, in, 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 in Jogging-Klamotten. Ähm, also du britzest dich auch nicht besonders auf? Überhaupt nicht, nein. Ähm. Und, ähm, ja, es geht wirklich los vom 50-Jährigen, irgendwie, über den 15-Jährigen bis zum 70-Jährigen, den ich wirklich schon angesprochen habe. Und das, das klingt lustig, also ich muss jetzt selbst lachen, aber es ist halt nicht lustig. Weil es sind ja kaum Komplimente, wirklich, die ich bekommen, weil es sind alles dumme Sprüche. Plumpe Anmacher, ne? Plumpe Anmacher. Sexistische, blöde Anmacher. Genau. Ja, ja, es klingt im ersten Mal nicht lustig, aber das ist, überleiben, nicht lustig, wenn man das jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag erlebt. Das glaube ich schon. Ähm, hast du mal den anderen Weg versucht zu begehen, gerade was Männer anbelangt, um auch, vielleicht auch an gute Typen zu kommen, die sich gar nicht trauen, dich anzusprechen? Das ist ja oftmals so. Dass man so schöne Menschen, dass die guten Seelen, sage ich mal, die Leute, die innerlich gut drauf sind, sich gar nicht trauen, an so einen schönen Menschen heranzugehen. Hast du den anderen Weg schon mal beschritten? Dass du gezielt Jungs angesprochen hast, die äußerlich vielleicht gar nicht so schön sind, die du aber interessant findest? Ja, und das habe ich auch gleich wieder gelassen. Warum? Ähm, nachdem ich von einem direkt eine gescheuert bekommen habe. Wie bitte? Ja, der eben einfach nur gemeint hat, ich lasse mich nicht verarschen. Und jemand wie du spricht mich nicht an. Mhm. Und, ja. Der hat dir eine gescheuert? Ja, der hat mir direkt eine gescheuert. Ins Gesicht? Ja. Das war heftig. Ja, das war in der Diskothek, ja. Äh, ich würde mal sagen, das ist aber auch ein ganz schlimmer, blöder Einzelfall. Mag sein, ja, aber ich habe es seitdem auch nie wieder probiert. Also? Aber ich habe ja einen Jungen eigentlich kennengelernt, vor ein paar Wochen. Mhm. Und, ähm... Wie hast du den kennengelernt? Ähm, das war in der Uni. Hat er dich oder du ihn oder... Ähm, nee, also ein Freund von ihm hat mich angesprochen. Ja. Und, ja, dann, wir haben uns jetzt inzwischen auch schon ein paar Mal getroffen. Mhm. Und ich habe wirklich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, das ist jemand, der sich für mich interessiert. Mhm. Also der hat sich auch ganz viele kleine Details gemerkt. Mhm. Und so eine Aufmerksamkeit hatte ich vorher noch nie. Der hat mir in die Augen geschaut und nicht woanders hin. Mhm. Und, ähm... Ja, und ich war vor ein paar Tagen bei ihm. Und dann kam auf einmal auch aus halterem Himmel der Kommentar, was will jemand wie du eigentlich mit mir? Und dann habe ich echt gesagt, es kann nicht sein, bitte nicht schon wieder. Mhm. Und es... Ich hoffe nicht, dass es deshalb kaputt gegangen ist. Also ich habe ihn seither auch nicht wieder gesehen. Was hast du denn da geantwortet? Es ist eine super dumme Situation. Ich meine, mir verschlägt selten die Sprache, aber ich wusste einfach nicht mehr, was ich sagen sollte. Ja, aber das könntest du ja vielleicht noch nachholen. Wenn du findest ihn okay oder sogar sehr nett. Absolut, ja. Und ihr habt euch seitdem nicht mehr gesehen? Nein. Da musst du die Initiative ergreifen. Da musst du ihm erklären, warum du ihn toll findest. Und erklär ihm auch diesen ganzen Rattenschwanz von Problemen, den du seit Jahren mit dir herumträgst, den du uns jetzt gerade auch erzählt hast. Ich glaube, dass du da, dass du die einzige Möglichkeit, die du hast, du musst dich ja so nehmen, wie du bist. Das ist ja das allererste Mal. Das ist halt so. Damit musst du dich nur mal arrangieren. Aber dass du den kleinen Spielraum nutzt, dass du das Ruder mehr in die Hand nimmst. Dass du beispielsweise so etwas jetzt nicht einfach im Raum stehen lässt und einen Menschen, den du toll findest, deshalb verlierst. Sondern geh hin oder ruf ihn an, wie auch immer, oder schreib ihm einen Brief oder was oder eine Mail und erklär es ihm, warum du den toll findest. Und dass so jemand wie du eben durchaus auch gerne mit jemandem zusammen ist, wie er es ist. Und versuche das zu retten. Ich glaube, die Rettung ist für dich, wenn du in eine gute Beziehung kämpfst. Wenn du einen tollen Mann kennenlernst, wo du deine Heimat, dein Zuhause findest. Vor all diesen ganzen Anbaggerei. Ja, ich habe aber die Kraft dazu einfach nicht mehr. Ich kann das wirklich nicht mehr. Doch, das kannst du. Du kannst jetzt dich um diesen Jungen nochmal kümmern. Das gibt es gar nicht, Luca. Du hast mir gesagt, dass du den toll findest. Und du hast mir gesagt, dass du den auch schätzt, dass das ein guter Typ ist. Ja gut, also wir haben uns erst ein paar Mal getroffen, soweit ich das sagen kann jetzt, ja. Okay, aber ist auf jeden Fall einer, wo du denkst, die Witterung ist so da, das ist schon interessant. Das könnte was Gutes sein. Eventuell, ich weiß es nicht. Aber ich habe die Kraft dazu nicht mehr. Ich habe sie wirklich nicht mehr. Was ist die Alternative? Die Alternative darf nicht sein, das Gesicht zu zerschneiden. Die Alternative darf nicht sein, sich völlig hängen zu lassen. So wie jemand, ich sage dir jetzt das Gegenbeispiel, so wie jemand, der vielleicht von Natur aus sehr hässlich ist oder sehr schwer behindert ist, der muss sich auch so annehmen, wie er ist. Und der muss auch das Beste aus seinem Leben machen. So musst du es umgekehrt genauso machen. Und darfst auch nicht mit deinem Schicksal hadern und traurig sein und jammern. Versuche es rauszuhauen, das Beste. Vielleicht wird es dir dann irgendwann auch gelingen, sogar dankbar und auch glücklich zu sein, dass du so einen schönen Körper hast. Wenn du mit einem Menschen beispielsweise zusammenkommst, der dich innerlich auch wertschätzt. Also versuch doch mal jetzt den kleinen Schritt zu gehen und mach es an dem einen Beispiel fest in diesem Jungen. Versuch diesen Kontakt nochmal aufzubauen. Gut, aber ich... Versuche es. Kein Aber. Versuche. Nur versuchen. Ich habe aber einfach eine wahnsinnige Angst, wiederenttäuscht zu werden. Musst du durch. Musst du durch. Es gibt keine Alternative. Versuchen. Immer wieder ran. Immer wieder ran. Immer wieder durch. Telefonieren wir nochmal. Ich möchte mal wissen, wie es ausgegangen ist. Ich möchte es gar nicht wissen. Aber ich möchte es wissen. Pass auf, wir haben ja deine Telefonnummer. Meine Redaktion ruft dich nochmal an, liebe Kaken, mit dir wann? Und dann bin ich ganz gespannt, was rausgeworden ist. Okay? Okay. Liebe Luca, alles Gute. Dankeschön, Thomas. Tschüss. Ciao. Das war die schöne Luca. Telefonnummer 0800 220 50 50. Bitte, bitte, bitte. Ruft jetzt nicht an und ihr wollt Kontakt mit Luca haben. Das ist genau das, was Luca nicht haben will. Erleben wir immer wieder, wenn wir nette Frauen hier auf dem Sender haben, dass die Jungs dann hier uns zumailen oder tot telefonieren. Bitte nicht. Wir geben es nicht weiter und wir werden Luca vor all den Sachen schützen. So, Thomas 38, hallo. Ja, hallo Domia. Hallo Thomas. Guten Abend. Guten Abend. Zunächst mal möchte ich sagen, Glückwunsch zu deiner Sendung. Dankeschön. Ich gucke dich schon seit einigen Jahren. Finde es sehr gut. Es findet zwar nicht immer meine Zustimmung, was du so sagst, aber... Muss ja auch nicht. Im Ganzen ist es schon klasse. Wäre doch blöd, wenn wir alle immer einer Meinung wären. Ja. Das wäre langweilig. Okay. So, lieber Thomas, um was geht es bei dir? Ja, also mein Thema ist Zwangserkrankung. Ich bin selbst betroffen davon. Welche Erkrankung ist das genau? Also eine Zwangserkrankung, ich weiß nicht, wie man dich auskennst. Das ist so eine Erkrankung, dass man zum Beispiel... Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben so eine Art Waschzwang. Die sich also täglich mehrmals waschen müssen, die Hände waschen müssen, die Wohnung reinhalten müssen. Das habe ich jetzt zwar nicht. Was ist es bei dir? Bei mir äußert sich das insofern, dass ich Handlungen mehrmals ausführen muss. Und dass ich vor allem auch Zwangsgedanken habe. Fangen wir mit den Handlungen an. Welche Handlungen musst du immer wieder oder mehrfach ausführen? Ja, fast alle eigentlich täglich. Sag ein paar Beispiele. Ja, das kann zum Beispiel, das habe ich eben schon im Vorgespräch gesagt, wenn ich eine Tür auf und zu mache. Eine Schranktür oder wenn ich den Fernseher an und aus mache. Machst du es zweimal an und aus? Das kann sich auch, ja. Oder dreimal? Dreimal, fünfmal, wenn es schlimm ist, auch zehnmal. Wenn du aus dem Kühlschrank die Milch holst und machst die Tür zu, machst du es nochmal hinterher auf, machst du nochmal zu und nochmal auf und nochmal zu, vielleicht. Zum Beispiel, das kann sich so äußern, ganz genau, ja. Das geht dann so lange, bis der Zwang befriedigt ist. Ach, irgendwann ist eine Befriedigung da und dann denkst du für dich, jetzt ist es gut, jetzt muss ich die Tür nicht normal zu machen. Richtig, es kann einmal so sein, es kann auch andererseits dann mal so sein, dass ich, wenn ich in einer gewissen Stimmung bin, mir einfach sage, so jetzt ist Schluss, jetzt lässt es dabei bleiben, aber dann muss ich mich überwinden. Das heißt, es kostet mich eine innere Überwindung. Das klingt jetzt alles ziemlich verrückt vielleicht. Nö. Aber es ist halt so. Sag mir noch ein paar andere Beispiele für diese Handlung. Mit der Tür, das war schon sehr anschaulich. Ja, das ist eigentlich schon, ja, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Das können auch ganz banale Dinge sein. Das kann auch sein, wenn ich das Licht an- und ausmache. Wie ist das, wenn du dir morgens die Socken anziehst? Kann es passieren, dass du die drei, viermal hintereinander an- und ausziehst? Ja, so zwei, drei Mal kann das schon passieren. Das kann auch da sogar sowas passieren? Mhm. Dann hast du gerade gesagt Gedanken, Zwangsgedanken. Richtig, die Zwangsgedanken sind praktisch die Ursache für die Handlung, dass ich diese Zwangsgedanken habe. Beschreib mir das mal genauer, was das ist, diese Zwangsgedanken. Oh Gott, ich möchte also nicht so genau ins Detail gehen. Das sind also Gedanken, die kommen unbewusst, die werden nicht gesteuert von mir, die kommen einfach, die sind da. Ja, das sind meistens, das sind nur ausschließlich negative Gedanken. Sag mal eins, was, ein Gedanke, der so auch so... Dass jemand, dem ich jetzt zum Beispiel, das betrifft auch komischerweise immer nur Menschen, die ich sehr gerne habe und die mir nachstehen oder die ich kenne, mir vielleicht nicht so nachstehen, aber die ich trotzdem mag und leiden kann, dass denen dadurch irgendwas zustößen könnte. Achso, dann stellst du dir... Krankheiten, Unfälle und so weiter. Ah, dann spielst du dir das in der Fantasie so durch, wie es wohl wäre, wenn Person X jetzt gerade... Ja, richtig, aber unbewusst, ich kann das nicht steuern. Nein, nein, ich will es auch gar nicht moralisch beurteilen, ich will es erst mal nur so kapieren. Du stellst dir dann vor, wie Person X, die du kennst und sogar vielleicht nicht findest, vor ein Auto läuft. Richtig, genau. Und du stellst dir genau den Autounfall vor und... Ja, das ist dann so ungefähr, so ein Bild ist dann da, ja. Soweit auch, dass du dir vorstellst, du, Thomas... Das ist ein Beispiel, wie gesagt, das muss ich nicht so äußern, das kann auch anders sein, das kann auch eine Krankheit sein oder so. Ja, geht es auch so weit, dass du dir vorstellst, dass du diese Person, dass du die Macht hast, diese Person zu quälen zum Beispiel? Nein, auf gar keinen Fall, nee, 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 nee. So ist es nicht, nee. Nein. Diese Gedanken, sind die auch so permanent in dir oder gibt es die nur vorm Einschlafen oder... Nein, das ist eine Sache, die geht morgens los und die hört damit auf, wenn ich ins Bett gehe, wenn ich schlafen gehe. Ja. Gehst du arbeiten noch? Ja, selbstverständlich, ja. Was machst du für den Beruf? Ich bin Speditionskraftmann vom Beruf. Ja. Ja. Ist das nicht schwierig, während der Arbeit einem Arm mit den Gedanken, die Gedanken immer zur Seite zu schieben? Das finde ich einfach. Und gibt es diese Zwangshandlung auch im Beruf, dass du immer wieder dasselbe... Das kann ich ja nicht abstellen, wenn ich in eine Firma reingehe und abends nach Hause gehe. Das ist schon teilweise gut, wenn ich irgendwo konzentriert bin, wenn ich jetzt stark konzentriert bin auf die Arbeit, in einem Arbeitsprozess drin bin, dann kann es sein, dass es sich nicht so stark auswirkt. Kriegen die Kollegen... Aber ich kann es nicht, bitte? Kriegen die Kollegen das mit? Weiß der Chef das? Ähm... Oder hast du es gut ver... Ich hoffe nicht. Ah, du hast es verstanden? Nicht, weil ich kaschiere das ja auch, ich muss es ja verstecken. Verstehe. Verstehe. Wer weiß das denn in deinem privaten Umfeld überhaupt? Ein paar Freunde von mir. Erstens bist du in einer Beziehung? Nein. Warst du schon mal länger? Hm. Ich hatte wohl mal eine Beziehung, aber die hat nicht sehr lange gedauert. War auch nicht sehr glücklich, aber... Wie lange leidest du schon an dieser Erkrankung, Zwangserkrankung? Also ich finde, es hat angefangen, glaube ich, mit 19, 20 etwa. Da hat sich das mit Ticks geäußert, da war es aber noch nicht so schlimm. Das ging dann damit an, dass ich also manchmal so Dinge zwei, dreimal getan habe. Also so schleichen, das hat sich so in deinem Leben hinein... Ja, ja, das fängt auch meistens dann so an. Ich habe also auch mal von einem Arzt gehört, dass es das Alter ist, in dem es eigentlich so anfängt. Ich hatte also auch mal mit jemandem gesprochen, der etwas ähnliches hatte, also einen ganz extremen Waschzwang hatte, der bei der Bundeswehr anfing, weil er dazu verdonnert wurde, irgendwie die Stube zu reinigen. Und also, dass ich auch nicht mehr aus dem Haus gehen kann. Und der hatte auch erst gesagt, es fing mit 18, 19 etwa an, so die Zeit man zur Bundeswehr geht. Glaubst du, dass diese Erkrankung auch dazu geführt hat, dass du eben keine längere Beziehung bisher hattest? Du bist jetzt 38, habe ich gerade gesagt. Ich würde dem nicht den Hauptgrund geben, aber es spielt natürlich mit eine Rolle. Weil in der Partnerschaft, das hatte ich auch im Vorgespräch eben gesagt, guckt man sich ja auch sehr nah und dann kann man sowas überhaupt nicht mehr verbergen. Also ich hatte, ja, nicht viele Beziehungen. Vielleicht ist man ja auch so vereinnahmend von einer solchen Erkrankung, dass gar kein Spielraum da ist. Ja, auf jeden Fall. Und man hat eben Angst auch vor der Nähe, weil man sich dann ja outen muss, wenn man zu nah an jemanden rankommt. So werde ich ja bereit, man weiß ja nie, wie die Person darauf reagiert. Also ich erzähle es ja auch nicht jedem, weil ich habe damit auch natürlich sehr negative Erfahrungen gemacht. Klar, viele Reagierungen. Man macht das also Menschen damit überhaupt nicht. Es ist ja auch nicht so bekannt bei Ortonomalverbrauchern in der Gesellschaft. Nun ist das ja eine lange Zeit. Es sind ja fast 20 Jahre, wo du dich nun schon mit dieser Krankheit herumschlägst. Hast du irgendwann mal versucht, dir Hilfe zu holen? Warst du beim Arzt, Therapeuten, Psychiater? Ich habe mal einen Arzt aufgesucht, ja. Einmal einen Arzt? Psychiater, ja. Und was ist da raus geworden? Ich habe den damals aufgesucht, nicht deswegen, sondern ich hatte, das war, das ist 5, 6 Jahre her. Ich bin da mal hingegangen auf Empfehlung von meinem Hausarztin, weil ich hatte eine Phase gehabt, wo ich ein bisschen deprimiert war. Also es war keine Depression, ich hatte so eine Phase, wo ich mich nicht wohl gefühlt hatte. Und bin dann da hin und habe das erzählt, hatte ein Antidepressiva bekommen. Das habe ich aber nicht genommen, weil ich irgendwie dann doch fand, das musst du nicht nehmen. Bin später nochmal hin. Und es hat sich dann im Laufe des Gesprächs, ich habe davon so erzählt, und da hat sich das sogar herauskristallisiert. Und er hatte dann, wie aus der Pistole geschossen, geantwortet, ja, das ist eine Zwangsnerkrankung. Also mich interessiert, ob du längere Zeit behandelt worden bist. Nein. Warum nicht? Ja, Gott, ich bin eben zu dem Psychiater gegangen und habe dann so 2-3 Mal im Jahr einen Termin gehabt. 2-3 Mal im Jahr? Ja. Ja, das kannst du natürlich auch vergessen. Ja. Aber das liegt ja nur völlig nahe, finde ich, wenn man jemanden erzählen hört, so wie du es gerade erzählt hast. Ja, ganz bekämpfen oder aushalten kann man das nicht. Also das wird man ein Leben lang mit sich rumtragen. Ja gut. Ganz klar. Ja gut, aber man kann ja doch schon entscheidend was unternehmen. Was meinst du, wie viel Zwangserkrankte es in Deutschland gibt? Und was meinst du, wie hoch die Erfolgsquote ist, damit zurecht zu kommen? Wenn auch immer etwas zurückbleibt, aber besser damit zu leben. Denn so wie du es mir gerade geschildert hast, ist das ja auch kein sehr schönes Leben. Oder hast du dich damit so arrangiert und sagst, okay, ich habe das nun mal und egal. Ja, das war am Anfang natürlich sehr, sehr schwer. Als ich dann wusste, als es auch dann beim Namen genannt wurde, als ich auch erfahren habe, dass es überhaupt wirklich eine Sache ist, die es wirklich gibt. Dass ich nicht die einzige binhafte Welt oder wer sowas hat. Dann habe ich ja einen Freund, der hatte dieses Tourette-Syndrom. Das war überhaupt der Erste, mit dem ich überhaupt darüber gesprochen hatte, der auch Verständnis dafür gezeigt hat. Weil diese Tourette ist teilweise auch diese Zwangshandlungen, Zwangsgedanken haben. Und diese Tics. Dass ich das zum ersten Mal überhaupt aussprechen konnte, darüber diskutieren konnte. Das hat mir schon gut getan. Weißt du, was ich gerade für eine Idee habe, was ich glaube ich toll fände für dich? Wenn du erstmal so ein bisschen gebremst bist mit Psychiater und Psychologen und Therapie und psychosomatische Klinik und weiß ich was. Was hältst du davon, wenn du mal in eine Selbsthilfegruppe gehst für Zwangserkrankte? Das habe ich auch schon nachgedacht. Aber bisher habe ich es gefunden. Helfen wir dir jetzt bei. Was hältst du davon? Das wäre eine Idee. Ja, und dann kannst du entscheiden, ob du hingehst. Finde ich einen guten Schritt, einen ersten Schritt. Da bist du mit Gleichgesinnten zusammen und man kann Erfahrungen austauschen und mal sehen, was dann ins Rollen kommt. Ja, das wäre eine Idee, aber ob ich das wirklich mache, weiß ich auch nicht. Ich habe mich auch irgendwo ein bisschen damit arrangiert. Ich habe es also für mich so angenommen. Ich leide vielleicht ja vielleicht ein bisschen für mich allein dahin. Wie gesagt, das beeinträchtigt mich schon in meinem täglichen Leben. Ja, und das finde ich ist schon Grund genug, um zu sagen, ich versuche irgendetwas dagegen zu unternehmen. Also wir machen das jetzt mal so. Ganz unverbindlich, du entscheidest ja sowieso, ob du es tust oder nicht. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal zurück und werden dich dann informieren über eine solche Gruppe in deiner Umgebung. Okay? Okay. Alles Gute von Herzen, Thomas. Jo, danke doch, Jan. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema morgen heißt die dunkelste, meine dunkelste Seite. Die dunkelste Seite in mir oder meine dunkelste Seite. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn ihr mir da so vielleicht einige Geheimnisse von euch und aus euch, aus eurem Inneren erzählen wollt, dann seid ihr morgen hier gut beraten. Bei mir, die ganze Sendung steht unter diesem Thema, meine dunkelste Seite. Näheres auch noch zu diesem Thema und überhaupt zu uns unter domian.de. Domian.de. Und hier ist Sarah, 19. Hallo Sarah. Hallo. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Sag mal einfach so eine Überschrift zu deinem Thema. Um was geht es denn? Also es geht um einen Freund. Ja. Das ist ein Türke. Ja. Mit dem bin ich jetzt seit anderthalb Jahren etwas länger zusammen. Wie alt ist er? 20. Und am Anfang war halt alles schön und gut und dann ist das immer schlechter geworden. Also ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Letzte Woche. Irgendwie fern schlechter. Erzähl mal. Also das fing erst an, dass er mir Sachen verboten hat. Zum Beispiel? Ja, mich mit meiner Freundin zu treffen oder alleine wegzugehen oder... Warum verbietet er dir das? Eifersucht oder... Ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass es die Eifersucht ist. Ja. Das ist aber jetzt neuerdings so. Oder gibt es das schon eine Weile? Also das geht jetzt seit letztes Jahr November ungefähr. Ach so. Das ist ja dann doch schon fast ein ganzes Jahr. Ja. Also weil nur das erste halbe Jahr war, war normal und entspannt und dann ging es schon los. Ja, sicher. Sag mal noch mehr Beispiele, wie er sich so verhält und was er sagt und macht. Also ja, wie gesagt, ich darf gar nichts unternehmen. Ich hatte vorher auch viele Menschen, Freunde und Bekannte, zu denen ich dann auch den Kontakt abbrechen musste. Und jetzt halt letzte Woche ist was ganz Schlimmes passiert. Da hat er mich geschlagen. Das war jetzt nicht das erste Mal, aber das war jetzt richtig heftig, ne? Was war der Anlass? Der Anlass war, weil er mir erzählt hatte, ich wäre seine zweite Freundin, mit der er geschlafen hat. Und dann auf einmal meinte er, ja, das würde nur besser rüberkommen. Deswegen habe ich das so gesagt. Und dann kam auf einmal raus, ich wäre die dritte oder die vierte schon. Und ich meine, er hätte ja offen darüber reden können, ne? Ja, und das weiß er aber auch. Und dann meinte er nachher, ja, das würde, das habe ich jetzt nur gesagt, weil das dann besser bei dir ankommt und so. Und wieso schlägt er dich dann? Ja, dann bin ich hingefahren, weil ich habe ihm dann, dann hat er sich erstmal einen Tag gar nicht bei mir gemeldet. Ich dann zu ihm meinte, was das soll. Dann war ich auch sauer, richtig, ne? Ja, und dann habe ich ihm geschrieben, er sollte mich doch bitte anrufen. Oder wenigstens schreiben, damit ich wüsste, warum er auf einmal sauer wäre, weil er ja eigentlich gar keinen Grund dazu hat. Eigentlich nicht, nein, nein. Ne, das habe ich ja auch nicht verstanden. Ja, und dann hat er sich aber nicht gemeldet. Ja. Und hat sich aber dann später, weil ich habe ihm dann eine ganze Zeit eine SMS geschrieben und versucht anzurufen. Und dann hat er doch wohl angerufen und mit meinem Bruder gesprochen. Mhm. Und meinte, dass ich ihn wortwörtlich am Arsch lecken kann. Entschuldigung. Aber so hat er es gesagt. Ja, das ist Auswehr. Was für ein absurdes Theater. Er erzählt dir, dass du die dritte Frau bist, mit der er schläft. Und er zieht sich zurück und ist beleidigt. Ja, genau. Obwohl du gar nichts erwidert hast. Nee. Verstehe ich null. Ja. Aber egal. Und dann beschimpft er dich und beleidigt dich. Und wie kam es dann dazu, dass er dich dann nur noch geschlagen hat? Ja. Ich habe ihm dann eine SMS geschrieben, dass ich dann um halb elf komme. Mhm. Bis dahin mich meldet. Dann bin ich auch hingefahren. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe auch was getrunken. Mhm. Vor Frust, ne. Mhm. Ist ja meistens dann so. Und, ähm, ja. Dann war ich halt da und dann habe ich halt versucht, mit ihm zu sprechen. Dann bin ich halt ein bisschen lauter geworden. Mhm. Und dann hat er ausgeholt, mir eine geklatscht, dann hat er mir meine Haare gezogen, mich zu Boden gedrückt und dann halt wirklich nur noch hat es geblitzt. Ich habe nichts gesehen, nichts mehr gehört, ne. Ja. Ich habe dann wirklich nur noch um Hilfe geschrien. Mhm. Und warst du... Ja. Was? Die Polizei? Oder was? Ja, dann wurde die Polizei verständlich, weil die, ähm, Leute, die dann halt in einer Ruhigebung gewohnt haben, die haben das dann halt mitgekriegt. Mhm. Ja, und dann kam halt die Polizei und, ja. Also, der hat dir eine gescheuert? Ja. Äh, so schlimm, dass du auch noch ins Krankenhaus musstest? Also, ich bin nicht ins Krankenhaus gegangen, also, es war davor schon mal so, dass er mir eine geklatscht hat, dass ich eine richtig blaue Back hatte, ich hatte vier Fingerabdrücke. Ja, weißt du was? Jetzt frage ich dich mal ganz, ganz, äh, nassforsch und sofort und klar, was willst du denn überhaupt mit dem noch? Warum bist du denn überhaupt bei dem noch? Ja, ich verstehe das selber nicht. Das verstehe ich nicht. Mhm. Ne, was du mir jetzt, du hast mir wahrscheinlich nur so ein kleines bisschen erzählt von dem, was da alles vorgefallen ist. Ja, gerade dann auch noch, ähm, ich hab dann versucht bei ihm anzurufen, die Telefone sind aus, dann hab ich bei seinen Freunden angerufen. Aber du bist, hechelst dem ja immerzu hinterher. Ja. Der scheuert dir eine und du dackelst da noch immer wieder hin. Mhm. Ja. Der sagt am Telefon so einen, so einen, äh, vulgären Ausdruck, äh, zu, äh, zu dir oder zu deinem Bruder. Mhm. Und du gehst wieder zu ihm hin? Warum? Der verbietet dir, äh, auszugehen mit deinen Freunden oder Freundinnen. Ja. Und du bleibst bei ihm, was, was, was zieht dich, was willst du denn, was ist denn da noch Gutes an dem? Ja, und jetzt ist das auch so weit gekommen, das ist halt auch so schlimm, dass er zu mir sagt, ähm, ich soll die ganze Schuld bei der Polizei ausmiss nehmen. Mhm. Achso, es ist eine Anzeige erstattet worden. Also automatisch, ich hab keine gemacht. Ja. Vielleicht auch aus den Angst oder so. Mhm. Und, ähm, das ist ja halt ganz automatisch gelaufen. Und jetzt versuchen halt auch die Freunde von ihm, mir ein schlechtes Gewissen einzureden. Ähm, ja, mein Freund, also, ich will jetzt nicht den Namen nennen, der wäre richtig fertig mit den Nerven und der wüsste gar nicht mehr, was er machen sollte. Mhm. Und der hat sowieso schon so viele Schulden und, und ich hab ja gerade mit denen noch gesprochen. Mhm. Ja, und dann haben die mich auch total veräppelt, dann meinten die, ähm, also er wäre nicht bei ihnen. Mhm. Und dann haben die total den, ähm, Kuddelmuddel da erzählt und durcheinander, von wegen, er hätte seinen Freund nach Hause gebracht und dann musste er aber seine Mutter abholen. Also, Sarah, wie auch immer. Aber, äh, lass uns mal Klartext reden. Ich finde, dass du bei der Polizei die Wahrheit sagen solltest, ohne, ohne Wenn und Aber. Ja. Und ich finde, dass du dich in, in aller, in, mit, mit aller Würde und mit erhobenen Haupt, äh, dich von diesem Typ trennen solltest. Mhm. Weil ich meine, jeder Mensch hat ja einen Charakter, ne? Ja, jeder Mensch hat auch einen Stolz und den Stolz solltest du auch haben. Da ist ja nur so viel kaputt, da kann man auch nicht mehr von, von Liebe reden. Ja. Oder? Ja, also das wird auch schon weniger, ich merke das auch halt, ähm, guck mal, was, was soll dir denn jemand noch antun, dass du sagst, ich gehe? Mhm. Mh, es wird ja auch immer schlimmer, ne? Ja. Er hat sich davor die Male ja auch schon entschuldigt und gesagt, oh, das wird nie wieder passieren. Ja, aber da ist doch, so wie du es gerade so erzählt hast, äh, unter Umständen auch gar nicht so scharf drauf, mit dir weiter zusammen zu sein. Er hat sich ja schon mehr, mehrmals und mehrfach zurückgezogen. Mhm. Ähm, ja, da fängt halt, wie gesagt, irgendwie wieder ein Streit an oder so, erst ist alles schön und gut, wir fahren nach Ikea, kaufen Möbel, alles toll, ja, und dann auf einmal wieder Peng, dann knallt es wieder. Nein, Peng, in dem Sinne, äh, Schlussstrich ziehen. Mhm. Äh, und ohne Wenn und Aber. Da tust du dir Gutes und dann lässt er ihn in Ruhe und die Sachen mit der Polizei, das muss er jetzt aushalten, das hat er sich eingebrockt, okay, äh, aber lass die Finger liebesmäßig jetzt von ihm. Ja. Äh, das ist für dich der beste Weg, damit du frei bist, auch wieder offen für, für andere Sachen, andere Beziehungen. Mhm. Hm? Auf jeden Fall. Alles Gute. Das war mit ja auch meine Freundin, ne? Ja, das ist doch ganz schlimm, wenn er dich da einsperrt und dir das alles verbietet. Ja. Also, geh deinen eigenen Weg und lass, lass los, lass diesen Mann los, diesen jungen Mann. Ja, okay. Okay? Wenn du das sagst. Ja. Okay. Aber ganz, mit tiefster Überzeugung sag ich das. Ja. So, mit ganz, ganz tiefer Überzeugung. Ich merke das. Alles Gute. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Jens, 25, hallo Jens. Ja, hallo Domian. Wie geht's? Ähm, ja, einigermaßen. Einigermaßen. Was ist denn der Grund deines Anrufes? Ähm, der Grund ist folgendes, ich bin mit einer Frau zusammen. Mhm. Ähm, das ist die Ex-Frau, also noch nicht Ex-Frau, aber wird zwar sein, meines besten Freundes, der zurzeit in Haft sitzt. Oh, 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 das klingt aber sehr kompliziert. Ja, der ist Kosovo-Albaner, ist auch mein bester Freund seit der Kindheit an. Ja. Ähm, hat seine Frau geschlagen. Ja. Hat drei Kinder mit ihr. Mhm. Ja, und... Wie alt ist die Frau? Die ist 23. Ja. Ähm, ich, also er ist 25, also er ist in meinem Alter. Weswegen sitzt er im Knast? Ähm, Körperverletzung, Einbruch, Diebstahl und fahren ohne Führerschein. Ja. Wie lange sitzt er noch im Knast? Äh, bis Mai nächsten Jahres. Ja. Ähm, könnte aber eine Lockerung anstehen, beziehungsweise Hafturlaub. Und, ähm, die Frage für uns ist jetzt natürlich, was können wir tun? Und, ähm, sie ist auch schwanger jetzt, also von mir. Mhm. Wie lange läuft das jetzt zwischen dir und ihr schon? Seit zweieinhalb Monaten. Und wie lange ist er schon im Knast? Äh, ja, seit circa zwei Jahren jetzt. Ach so, so lange schon. Ja. Und er weiß das noch nicht, dass da was läuft? Äh, er hat mal was brieflich angedeutet, äh, in ihrem Brief, was sie mir ausrichten sollte, und zwar, dass ich, wenn ich mit seiner, äh, Frau, äh, abhänge, dass er das nicht so gerne sieht, weil er wohl darauf sehr empfindlich reagieren würde. Könnte ich von aus, ja. Äh, das hat er nur so formuliert, weil er nicht anders konnte. Ja. Weil die Post natürlich kontrolliert wird und, äh... Ach so, du meinst, das ist sehr, sehr freundlich formuliert? Im Klartext heißt das, wenn, äh, ich mach dich alle, wenn du meine Frau anfasst. Richtig, ja. Mhm. Ähm, äh, ähm... Du kannst ihn ja gut, das ist mein allerbester Freund. Ja. Ist es dein allerbester Freund gewesen? Ja. Wieso geht man an die Frau vom allerbesten Freund? Ähm, ja, das ist ganz einfach. Ich war, äh, damals mit ihr einmal zusammen, als Teenager, das war 96. Ähm, das waren nur zwei oder drei Wochen. Mhm. Ähm, ähm, ich war ihre erste große Liebe. Nur dann musste ich mich von der Freiheit leider ein bisschen verabschieden. Dann musste ich, äh, mal in Haft. Das heißt, du warst auch schon im Knast? Ja, genau. Wir hatten auch schon mal telefoniert zusammen. So, weiß ich jetzt nicht, aber egal. Äh, ich hab dich aus der Haft angerufen. Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall hat er in der Zeit, ähm, haben die beiden sich kennengelernt. Ähm, über mich. Ja, und wo ich dann im Knast saß, haben wir beide dann geheiratet. Ach so. Moment, Moment, Moment. Als du im Knast saßt, warst du eigentlich mit der Frau noch zusammen? Nein, nicht mehr zusammen. Nicht mehr zusammen. Wir waren noch in gutem Kontakt, mit unserer Freundschaft. Ähm. Aber er hatte auch davon vorher schon mitbekommen, dass ihr immer was hattet. Ja, genau. Ja. Genau, und, äh, es hieß eigentlich in unserer Freundschaft zwischen mir und ihm, man geht nicht an die Frau oder Ex-Frau oder Ex-Freundin. Letztendlich ist, ja, letztendlich ist das ja die große goldene Regel in Freundschaften, dass man die Finger von deren Partnern lässt, ne? Ja. Er hat dann irgendwo getan. Er hat, äh, mir schon ein Auge auf sie geworfen, wo ich noch mit ihr zusammen war. Mhm. Ähm. Aber immerhin hat er es nicht getan, als, als ihr noch zusammen wart. Er hat sich an sie herangemacht, als du im Knast saßt, aber da wart ihr ja schon getrennt. Genau. Und das hast du jetzt, du hast es härter gemacht. Du hast dich an sie herangemacht, äh, obwohl die nicht getrennt sind. Ähm, ja, nicht rangemacht, äh, ich war in meiner Wohnung, es klingelte plötzlich an der Tür, äh, ich hatte, ich musste meine Wohnung sanieren, und, äh, sie stand plötzlich da, sie half mir dann auch, sie erzählte mir auch, was in den ganzen Jahren so passiert ist mit ihr und ihm, äh, wie er sie geschlagen hatte und auch wie er mit den Kindern umgegangen ist. Und das hast du nicht mitbekommen als bester Freund? Ich hab's natürlich mitbekommen, ja, aber ich konnte nichts machen. Hast du ihn niemals zur Seite genommen, hast du gesagt, pass mal auf, Junge, so kannst du nicht mit der Frau umgehen, mit den Kindern? Äh, man hat's mit drei Mann versucht, äh, und es hat nicht geklappt. Man kann ja nicht, man kann ja nicht 24 bei jemandem sein, also ich meine, irgendwann hat's geklappt. Das heißt also, die Frau ist auch sturzunglücklich? Ja. Und war froh, dass sie ihn erstmal von der Backe hatte jetzt, als der in den Knast kam? Ja, sie war dreimal auch im Frauenhaus deswegen. Ah ja. Weil er so brutal mit ihr umgegangen ist. Ähm, die Kinder sind jetzt bei ihren Eltern, weil, äh, also aus Sicherheitsgründen halt vor ihm. Und, äh... Also im Klartext hast du jetzt richtig Angst vor eventuell dem Mai 2005 oder vorher schon, wenn er früher rauskommt? Ja, beides. Mhm. Beides. Weil ich einfach nicht weiß, äh, wie ich ihm beibringen soll, was da abgelaufen ist. Ich meine, für mich ist es verständlich, dass sie sich von ihm trennt. Die Scheidung ist eingereicht und die wird noch dieses Jahr, äh, geschieden. Für dich ist es eine klare Sache, ich liebe diese Frau, die Frau liebt mich. Wir wollen zusammen sein. Ja. Definitiv. Wir haben im Moment derzeit ein paar Problemchen, äh, ja, untereinander, aber ich denke mal, dass wir sich wieder einbringen. Jetzt kennst du ihn ja sehr gut. Ja. Und du kannst ihn gut einschätzen. Und deine Freundin kann ihn auch einschätzen. Ja. Ist es wirklich so, dass ihr Angst um Leib und Leben haben müsst, wenn er rauskommt? Ja. Hm, was kann man dagegen tun? Ja, das ist ja meine Frage. Was kann ich tun? Was können wir tun? Hm. Ich meine, einfach umziehen oder, äh, ganz weit wegziehen ist keine Lösung. Warum nicht? Erfindet uns. Es gibt Mittel und Wege, dass man sich so, so umorientieren kann, dass es sehr, sehr schwer ist, für jemand anderen einzufinden. Ja, für uns ist das Problem, äh, sie könnte dann ihre Kinder nicht mitnehmen. Ah, ja, die Kinder. Hm, verstehe. Für mich ist das Problem, ich habe einen schwer kranken Vater zu Hause sitzen, um den ich mich kümmern muss, der hat nur noch ein paar Jahre. Hm. Das ist das Problem. Ich bin an meiner Heimat, Stadt, schon irgendwo gewohnt. Ist schwieriges Problem. Ja. Da wird dir auch keine Polizei helfen können, weißt du, ne? Äh, ja, sie hat im Moment zur Polizei Kontakt, äh, sie kriegt ja auch Post von ihm und das geht, läuft dann alles, also sie bringt dann die Post zur Polizei, und das läuft dann alles dann über Anwälte und so, ähm, im Moment sind die da im Streit drüber, wegen, äh, ja, dass er die Kinder sehen möchte. Gut, das ist deren Problematik. Das ist noch wieder ein Sonderfall, aber was, was dich anbelangt, wird, wird ja keine Polizei der Welt jetzt im Vorherein irgendwie helfen können, weil eben noch nichts, äh, nichts passiert ist. Das ist ja nur eine Vermutung, die du, die du anstellst, die ich sehr ernst nehme, so wie du es geschildert hast. Ja, ich meine, äh, er ist nicht gerade so, äh, zimperlich, äh, in solchen Sachen. Ich meine, es geht um seine Ehre, äh, er verliert sein Gesicht, oder er hat schon verloren noch. Mhm, mhm. Und, äh, da er ja auch, äh, albaner ist, denke ich mal, dass das für ihn dann, äh, die größte Sauerei der ganzen Welt ist. Also, du sitzt quasi in der Falle. Ja. Ne? Du, was du jetzt auch tust und wohin du dich auch bewegst, irgendwie, es ist alles kompliziert und schwierig und, äh, es ist eine Sackgasse, in der du bist. Ja, also, selbst wenn ich jetzt mit dir Schluss machen würde, es würde mir nicht helfen. Nee, weil du sie hattest. Genau. Und das ist schon für ihn eine, 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 eine Schande. Ja, und sie trägt ja noch ein Kind von mir im Bauch. Und sie trägt, ja genau, ein Kind von mir im Bauch. Du lieber Himmel, du lieber Himmel, das machen wir ja. Nee, ist natürlich jetzt einmal überlegen, ob sie es kriegen soll oder nicht. Mhm. Ähm, ich möchte schon, dass sie es kriegt, weil das Kind kann nichts dafür. Ja, es wäre ja eine, eine Schande, das Kind abzutreiben, nur weil er, äh, vielleicht durchdrehen könnte. Ja, sie ist natürlich, äh, mir überlegen, ob das mit uns auch klappt. Mhm. Weil, äh, sie könnte nicht noch das vierte Kind, äh, äh, alleine großziehen. Nun frage ich dich allerdings auch, in dieser komplizierten Situation, warum wird die Frau schwanger? Warum, ihr seid erwachsene Leute, wieso passt ihr nicht auf, dass sie nicht, dass sie nicht schwanger wird? Also, ich habe mal vom Arzt gesagt bekommen, ich könnte keine Kinder bekommen. Mhm. Mhm. Also, ich wäre zeugungsunfähig. Mhm. Ähm. Darauf hast du dich verlassen und das ist doch passiert. Richtig. Und du bist auch sicher, dass du der Vater bist? Ja. Sie hat nicht irgendwas anderes noch am Laufen? Nein, wir waren 24 Stunden, äh, aufeinander. So, dieser Fall ist nur wirklich so komplex und so kompliziert, dass ich natürlich nicht weiß, wie du da klug und, und, äh, unbeschadet rauskommst. Ich weiß das nicht, Jens. Ich weiß es definitiv nicht. Ich kann dir jetzt höchstens gleich noch eine, eine Adresse an die Hand geben vom Weißen Ringen. Sagt dir Weißer Ringen was? Ja, der sagt mir was. Hast du mit denen schon mal Kontakt gehabt? Äh, nein. Nein. Dann bitte ich dich wirklich eindringlich, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, weil die genau für solche Fälle sehr, sehr professionalisiert sind. Und dir sicher, wenn auch nicht die perfekte Lösung präsentieren können, aber ein paar handfeste Tipps, äh, an die Hand geben können, wie und was ihr jetzt tun sollt. Ja. Ja, das Problem ist ja, ähm, wir beide haben jetzt auch, äh, zur Zeit Streit. Mhm. Ähm, sie hat, äh, ich habe eine Wohnung, sie hat auch hier gewohnt. Mhm. Sie hat die Wohnung jetzt verlassen. Mhm. Auf dessen Grund, weil ich mal meine Ex-Freundin zurückgeholt habe. Na, das wird ja immer kompliziert. Jetzt hast du deine Ex-Freundin bei dir. Nee, die ist auch wieder weg. Achso. Ähm, weil ich, ich, das war so ein Zwischenspiel der Gefühle. Ich wusste nicht, für wen meine Gefühle, ähm, ja, zu das, wer tendiert. Aber sie tendieren jetzt wieder zu der Frau von deinem, äh, inhaftierten Freund? Ja. Mehr oder weniger. Das sind ja zwei verschiedene Schuhe. Einmal eure, eure, eure Problematik, Beziehungsgeschichte. Aber davon, davon isoliert, besteht ja diese, einfach dieses Gefahrenmoment, von dem du gerade geschildert, du gesprochen hast. Genau. Und das sind halt, ähm, zusammenhängende Probleme. Ja. Und, und die belasten auch unsere Beziehung natürlich. Das ist mir völlig klar. Wir haben sehr viele Palabra deswegen. Mhm. Und, äh, ich möchte, äh, sie ist jetzt im Moment bei ihrer Oma, und ich möchte sie auf jeden Fall wieder zurückhaben. Mhm. Und, äh, sie sagt auch, dass sie mich liebt, dass sie halt im Moment ein bisschen Zeit braucht, ähm, was ich natürlich auch verstehen kann. Aber irgendwie, denke ich, sie tut mir auch immer ein bisschen weh, weil sie ist im Moment sehr kalt zu mir. Mhm. Und, äh, ich liebe die Frau über alles. Also Jens, jetzt machen wir Folgendes. Ähm, mir geht es erstmal darum, dass, dass du ein paar gute Tipps an die Hand bekommst, äh, zu deiner, zu deiner und eurer Sicherheit. Ja. Ähm, dazu werden wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Darüber hinaus, äh, biete ich dir auch an, dass du mit meiner Psychologin jetzt nochmal diese besondere Situation, die besondere Beziehungskonstellation aufgrund der Bedrohung, dass du die auch jetzt nochmal in Ruhe mit ihr besprechen kannst. Ja. Aber wichtig sind erstmal, die, die, dass du einen Kontakt aufbauen kannst zum Weißen Ring. Ja, weil das Problem steht mir natürlich sehr im Kopf. Völlig klar. Völlig klar. Das heißt, du legst auf, wir rufen dich zurück. Alles klar. Einverstanden? Jo. Alles Gute, Jens. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Frank. Frank ist 41. Hallo Frank. Hallo, grüß dich, Domian. Hallo Frank. Dein Thema? Mein Thema. Mein Thema ist eigentlich, ja, denke ich mal, kein so seltenes Thema. Und zwar, ich arbeite in einem sehr großen Sportstudio als Studieleiter. Mhm. Ähm, und habe vor circa vier Monaten, äh, ein Verhältnis begonnen mit einer Arbeitskollegin von mir. Ja. Was sich also eigentlich per Zufall ergeben hat. Man hat einfach super zusammengearbeitet. Es war ein super Spaß. Ja. Und irgendwann war der Tag X, wo ich mir gesagt habe, trotzdem, dass ich wusste, dass sie einen Freund hat, dir zu sagen, du, pass auf, ich weiß nicht, was los ist, ohne den Hintergedanken überhaupt mit dir zusammenzukommen, muss ich dir einfach sagen, du bist eine fantastische Frau. Mhm. Aber du... Und ich glaube, ich habe mich ganz schön nicht verguckt oder verliebt. Ah, aber du bist oder warst zu dem Zeitpunkt in keiner Beziehung? Nein. Ich bin Single. Du bist Single. Seit sechs Jahren fast. Lange Zeit. Lange Zeit, ja. Hatte auch wirklich die Schnauze voll, hab ein Kind, was ich alle 14 Tage gesehen habe, hast du erstmal dementsprechend geimpft, natürlich in eine Richtung. Ja, 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 ja. So, vor vier Monaten hast du jetzt die Liebeserklärung gemacht? Genau, ich habe die Liebeserklärung gemacht, die mir dann mit einem leichten Grinsern und einem leicht angesetzten Satz in Richtung, ja, ich wollte dir eigentlich auch, dann wurde gestockt und dann habe ich nachgehalten, kam derselbe Satz auch rüber. Wow. Das hört man natürlich gerne, ne, wenn man sich schon aufgerafft hat, sowas zu sagen. Das war eine sehr angenehme Erfahrung und man hat sich dann auch zwei, drei Tage später getroffen. Ja, so. Und es war ein sehr intensiver Abend, wobei das Bett absolut nebensächlich war. Und man hat nicht nur unterhalten, unterhalten und dass man gesehen hat, es ist unfassbar, was rüber geht. Es ging wirklich über mehrere Tage, bis natürlich auch das andere dazukam. Wie ist der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge ist heute, sie ist jetzt gerade in Urlaub, für zwei Wochen, kommt in Kürze wieder. Ja. Alleine oder mit ihrem Freund? Nein, sie ist alleine mit Bekannten gefahren. Ja. Und Stand der Dinge ist eigentlich, ja, keiner weiß, was los ist. Diese vier Monate waren sehr intensiv, sind sehr intensiv gewesen. Also es lief nebenher, hat sie eine heimliche Beziehung zu dir gehabt, während sie ihre Hauptbeziehung auch pflegte. Genau. Und die sind, nein, pflegen würde ich nicht sagen, sie ist sehr lange Jahre schon zusammen mit demjenigen. Wie lange? Zehn. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Ja. Und es hat eben, hat mir, obwohl sie es ja gar nicht dazu verpflichtet war, sie viele Sachen erzählt, dass halt eben nur noch ein Nebenherleben ist, dass sie sich keine Ehe oder Kinder vorstellen kann mit diesemjenigen, weil das einfach alles nicht passt und der eine gelingt ins Bett, der andere geht rechts und wird über mehrere Monate, acht Monate kein Sex mehr miteinander. Aber das sind doch ganz gute Voraussetzungen wiederum, die dich hoffnungsvoll stimmen können für euch. Auf jeden Fall, sonst würde ich ja nicht so lange durchhalten und immer noch hoffen. Das ist ganz klar. Aber, höre ich ein großes Aber. Ja, das Aber ist das, dass wenn sie bei mir hier in der Wohnung ist und wir reden drüber und hin und her, dann ist sie diejenige, die es, die Liebe zeigt. Verbal, aber nicht. Das heißt, es bleibt alles irgendwie im Halse stecken. Sie zeigt es aber, die Nähe. Wenn ich, sie fängt an zu küssen, sie fängt an, meine Nähe zu suchen. Wenn ich sage, du, du musst jetzt... Okay, sie muss ja nicht ständig sagen, ich liebe dich, ich liebe dich. Nein. Viel wichtiger ist halt, dass man das jemandem zeigt. Ja, logisch, klar, selbstverständlich. Aber es ist halt eben so intensiv in diesen vier Monaten gelaufen, dass ich sage, wo ist der letzte Kick, zu sagen, so, pass auf, alles klar, ich sage das jetzt zu meinem Freund. Es geht einfach nicht mehr weiter. Aha, ich verstehe, du bist ungeduldig. Du sagst, du hast das Gefühl, dass ihr beiden wirklich eine tolle... Ja, nicht nur ich, auch Bekannte, weil es sind diverse Leute involviert. Okay, okay, also, dass der Eindruck da ist, die Bekannten interessieren mich jetzt nicht, du bist wichtiger in deiner Einschätzung, du sagst, da läuft richtig tief was zwischen uns beiden. Ja, ja. Warum, verdammt nochmal, macht ihr den Mund nicht auf? Genau. Und im nächsten Schritt, warum trennt sie sich nicht von dem, mit dem sie sowieso offensichtlich nicht sehr glücklich zu sein scheint? Genau. Finde ich eine berechtigte Frage. Genau. Finde ich auch eine berechtigte Haltung. Ja, und das Problem... Hast du ihr so gesagt und was antwortet sie? Ja, sie sagt, sie antwortet im Moment ja. Ja, aber wenn ich dich lieben würde, warum habe ich denn noch nicht denjenigen dann gesagt, dass ich nicht mehr mit ihm zusammen sein will? Weil sie vielleicht ein bisschen feige ist und vielleicht auch, wenn man so lange mit jemandem... Du sagst zehn Jahre, ne? Gewohnheit. Wahnsinnige Gewohnheit, da hat man Angst, da hat man Angst, den zu verlieren, da sind Rituale, da sind Sicherheiten. Das wirft man nicht so leicht weg. Genau. Das ist doch völlig normal. Bei den Eltern und so weiter. Wie alt ist sie? 29. 29, ja, das ist doch dann völlig normal. Ja. Also, ich finde deine gewisse Ungeduld schon durchaus nachvollziehbar und wenn das noch länger so läuft, ist es natürlich auch irgendwie eine Beleidigung für dich, dass sie immer noch nicht sich bewegt, obwohl sie eigentlich in einer unglücklichen Beziehung ist. Ja. Also, finde ich schon, dass du das Recht hast, da ein bisschen vehementer das einzufordern, ohne sie natürlich jetzt sehr massiv unter Druck zu setzen, weil vier Monate ist ja auch noch okay, aber eigentlich auch nicht mehr okay. Da muss jetzt schon bald was passieren. Ja, ich bin ja jetzt gespannt halt eben, wenn sie jetzt die Tage wiederkommt. Ja. Sie hat ein bisschen Zeit gehabt nachzudenken. Ja, genau. Genau, aber ich habe jetzt halt eben auch schon zwei, dreimal mit ihr telefoniert und ich merke am Telefon, dass die Entscheidung immer noch nicht da ist. Ja, da musst du vielleicht auch härtere Seiten aufziehen, musst du sagen, pass auf, ich kann das auch dann nicht so lange mitmachen. Außerdem, was ist das für eine Art, jemanden so lange zu hintergehen? Sie hintergeht ja seit vier Monaten massiv ihren Freund. Gut, aber wenn man definitiv das Gefühl hat, dass wenn man jetzt sagt, du pass mal auf, wenn du das nicht so und so machst, dann gehe ich und ich weiß definitiv ganz genau, dass wenn ich ihr das Bein rausreißen würde, sie würde lernen, wieder auf ein Bein zu laufen, weil das anscheinend der bequemste Weg für sie wäre. Ja, du musst es ja auch nicht so, du sollst ja auch nicht als Drohung das formulieren. Nein, du weißt aber, wie ich das gesagt habe. Du weißt auch, wie ich es gemeint habe, aber jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber wir sind uns einig, okay? Ja, gut. Alles Gute, tschüss. In der Technik, Kerstin Klinger. Bis morgen, tschüss, gute Nacht.